Nicht zu viel versprochen, Helfer ist unterstellt, der Deutschlandlaufend, die 2 Minuten Vollriderfahrt in 3 Minuten. Wir sind bei Räne Nummer 11, unterstützt von Wohnwagen Gleit Abstellplatz in Essing, in der Josef Bergmannweg Nummer 4. Also Wohnwagen unterstellt, ein schnell, ein jahrbohrender Platz, nur ein paar Kilometer von Süd in Essing, Josef Bergmannweg 4. Der Freikmannwagen, der heißt es auch Ränewagen, in 13, Valentin Grofauer mit dem groben Helferflug neben dem Metschig-Marsen, mit dem blauen Helferflug, dann den Mannstilger, Weinberg Helfer und auch der Ausbahn, der schnell gerutscht mit der starten Masiven, Holobox, gelber Helferflug. Schrohbauer mit dem Metschig-Marsen, Stilger und Kolobox. So, die Aufstellung gehört Nummer 12. Ja, kann der vore derzeit drauflegen, die ist wenig schwankt. Da fährt natürlich der Sein-Tief, Sein-Tief und die Maschine muss das wenig halten. Aber auch macht Stilger heute schon die Erklärung gewesen. Und auch Koloboxi, der Mann aus Russland zweimal weiter, also vier Punkte schon auf sein Konzept. Let's go, Jungs! Schönen Fölz! Ja, eigentlich müssen wir die Firma, wir müssen sie schon, um sie zum Sieg zu helfen. Was du erzählst? Jetzt erst mal eine Kaffee, dann bitte. Mach's doch, mach's doch. Ja, die können wir fahren. Ja, ist das? Ja, ist das? Ja, ist das? Ja, das ist der Vorhörer. 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 Und das Beisturzhalte, das gehört ja auch mit dazu. Und das Beisturzhalte, das Beisturzhalte, das Beisturzhalte, das Beisturzhalte. Der Schickmarschiff, der ja seine Gäste eingeladen hat hier in der Schauheit in der Bette der Zielkurve. 106.4 Top-FM ist mit dabei. Mehr drücken Sie sich. Und morgen geht's.